Und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu diesem kleinen Indie-Horror-Game namens Candles. Ich habe noch nicht reingeschaut, ich habe auch keine Ahnung, was mich erwartet. Ich betrete jetzt einfach mal den Wald und wir schauen mal, was passiert. Wir hatten da gerade ein Lagerfeuer und ein Zelt. Es sieht so aus, als ob wir irgendwie im Wald unterwegs sind. Das sind wir auch. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn. Licht können wir anscheinend nicht anmachen, laufen können wir, springen haben wir. Also es sei denn, Licht anmachen geht irgendwo anders, außer mit F, also keine Ahnung. Jetzt haben wir hier eine Fackel. Ne, die können wir auch nicht mitnehmen. Wo sind wir denn hier überhaupt? Also auf alle Fälle ist es ja mal ein beleuchteter Weg, das ist doch schon mal was. Links und rechts brauchen wir nicht langlaufen, oder? Würde ich sagen. Ich würde ja liebend gerne Fackel mitnehmen. Ich finde so eine Horrorspiele immer total fürchterlich. Aber, oh Gott, ja. Ja, ich, ähm, ich finde ja, da hinten ist noch ein Licht, ne? Dann gehen wir hier jetzt mal ein bisschen... Wir halten uns jetzt hier und hangeln uns von Lampe zu Lampe, glaube ich. Das hört sich an wie ein Fluss oder sowas in die Richtung. Ich habe auch keine Ahnung, was ich hier machen soll. Nur alleine im Wald rumstehen ist wahrscheinlich immer nicht so toll. Ja, da ist ein Haus. Na, hervorragend. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Ups, Allah. Wir gucken uns das erstmal von außen an. Da sind rote Augen im Wald. Seht ihr das auch? Na, draußen bleiben erscheint mir dann aber auch nicht so als die sinnvollste Idee. Ich wollte jetzt eigentlich mal ums Haus rumgucken, aber ich traue mich nicht so richtig. Guck mal, da sind auch so eine roten Augen. Ne, ne. Uah. Wo sind wir denn hier? Na gut. Machen wir mal auf. Wie geht das denn hier? Also mit E geht's nicht. Anklicken geht auch nicht. Ich muss jetzt hier mal Tasten ausprobieren. Macht doch mal jemand auf. Q vielleicht noch? Normalerweise ist das bei solchen Spielen immer E, oder nicht? Klicken geht nicht. Einfach durchgehen geht auch nicht. Haben wir irgendwas übersehen? Gibt's hier einen Schlüssel? Also ich sehe hier auf alle Fälle einen Mauszeiger, der mir hier angezeigt wird. Ah. Uah. Jetzt. While you've been away, your basement generator have been irgendwas out of full. Ach so, der ist leer. Der Generator ist leer. Und ja. Hahaha. Ja. Also irgendwelche merkwürdigen Viecher leben hier anscheinend vom Fisch und was sie im Wald so finden. Und dass sie extrem territorial sind. Ja gut. Und so schnell nicht aufgeben und so weiter. Dass ich vorsichtig sein soll und überall die Kerzen anzünden soll. Okay. Alles klar. Also es geht anscheinend, ja, Kerzen macht auch prinzipiell ja Sinn, würde ich sagen. Wenn das Spiel Candle heißt. Da haben wir eine Kerze. Aber wie geht denn das Mistding an? Oh. Na, ich weiß nicht. Lassen wir hier mal die Tür auf? Ah ja. Okay. Die erste Kerze haben wir an. Dann, ähm. Warum ist die schöne Musik jetzt aus? Ah, nur Geräusche finde ich immer ganz fürchterlich. Seht ihr irgendwelche Kerzen? Da vorne steht, glaube ich, eine. Okay. Eine Kerze haben wir an. Ich glaube, da hinten ist auch noch eine. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da steht auch noch einer auf dem Tisch. Ich kriege auch keine Anzeige, wie viele Kerzen sollen wir denn hier anzünden? Alle, die hier im Haus drin stehen, oder was? Ah. Okay. Also wir sehen hier unser wunderschönes Wohnzimmer. Ein schönes Gemälde mit einem Hundi. Es ist 20 vor... Was ist das? 20 vor 11? 20 vor 10, würde ich sagen. Die Uhr sieht irgendwie ein bisschen freaky aus. Ne, die 7 sieht nur so komisch aus. Okay. Da haben wir noch ein Gemälde. Was ist da denn noch Schönes drauf? Oh Gott, die Musik. Ich gucke mir mal das Gemälde an. Das sieht aus wie ein Marktplatz oder so. Jetzt haben wir hier die Wahl zwischen der einen Tür oder der anderen. Also ich glaube ja tatsächlich, dass wir hier wehen können zwischen Pest und Cholera. Was ist denn auf dem Bild hier noch? Ach du Scheiße, was ist das denn? Ja, ein kleines Kind, das seziert wird. Da steht rechts noch ein anderes Kind, was irgendein Skelett in der Hand hält. Ich habe schon einen merkwürdigen Geschmack, würde ich sagen. Und warum atme ich nicht so schwer? Oh Gott, oh Gott. Wir machen jetzt die Tür auf. Okay, also wir sollen hier jetzt den Schlüssel holen. Die Tür ist abgeschlossen. Der Schlüssel soll im... Scheiße, ey. Der Schlüssel soll im Schlafzimmer sein, anscheinend. Da war was drin. Ich gehe da nicht rein. Scheiße. Ich will nicht da rein. Ja, aber was ist denn das? Das macht nichts, ne? Das steht da nur rum, oder wie? Und macht komische Geräusche. Eine Kerze ist ja an, ne? Oh, jetzt ist es weg. Okay, es hat sich in Luft aufgelöst. Scheiße, ey. Na, hier sind die Kerzen ja immerhin an, ne? Hört ihr die Dielen knarren? Ey, ich mache mich hier bald in die Hose. Also das ist unser Esszimmer. Okay. Besteck brauchen wir anscheinend nicht, es gibt eine Holztelle. Oh, ah. Also wenn wir dagegen stoßen, fallen die um. Da ist nochmal dieses komische Bild. Hier ist auch nochmal dasselbe. Wir haben anscheinend mehrere. Oh, ah. Und das ist auch nochmal das gleiche Bild. Alles klar. Wir haben anscheinend einen sehr einfältigen Geschmack. So, auch hier ist jetzt die Kerze an. Das sieht aus wie die Küche. Kann man da in den Kühlschrank gucken, aber da dürfte wahrscheinlich eh nichts mehr drin sein, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Können wir irgendwelche Schubläden aufmachen vielleicht? Kann man sich hier bücken? Ne, kann man nicht. Schubläden können wir auch nicht aufmachen. Springen können wir. Ah, ein schönes Bänkchen. Was haben wir hier denn? Können wir auch nicht nehmen. Können doch nichts hier nehmen. Oh mein Gott. Okay, wir machen jetzt hier auf. Ah, oh Gott, mein Herz. Kann doch da nicht rausgerannt kommen. Ist das viel ein bisschen doof? Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, da müssen wir auf alle Fälle rein anscheinend. Seht ihr hier eine Kerze? Kann ich irgendwo eine Kerze anmachen? Seht ihr einen Schlüssel? Seht ihr irgendwas? Hilfe! Hilf mir doch jemand. Hier geht's auch nicht weiter, ne? Scheiße, ey. Scheiße, scheiße. Ja, hier haben wir noch einen schönen Raum. Oh, wenn die Tür hinter einem immer so zufällt, das ist mir echt zu viel diskutiert. Was haben wir hier denn? Da ist ja nochmal das gleiche Bild in klein. Ja, hervorragend. Hört mal, es ist ruhig geworden. Oh, ist das schön. Ne, das gefällt mir jetzt hier aber nicht. Das finde ich nicht schön. Ich sehe auch keine Kerze. Ach, leck mich doch, ey. Ah da, schnell anmachen. Okay. Ähm. Jetzt soll ja hier irgendwo, das sieht ja aus wie das Schlafzimmer, würde ich mal behaupten, oder? Da muss ja irgendwo der Schlüssel sein. Im, im Schlafzimmer auf jeden Fall. Bücher kann ich nicht benutzen. Hier sind doch Lampen. Was? Das hat geklopft. Ich bin hier weg. Was mache ich überhaupt hier? Und warum bin ich hier? Und wieso? Ach, das war nur der blöde Stuhl, den ich umgeschubst habe. Mein Gott, mein Herz. Na, hier kann ja nicht hochgehen. Nö, da ist ja zappenduster. Das könnte natürlich auch das Gästezimmer sein oder so ein Scheiß, ne? Dass das gar nicht das Schlafzimmer ist, also, dass das Schlafzimmer dann oben ist. Hä? Ah, da ist so ein Vieh. Ich habe es genau gesehen. Also, da ist auf alle Fälle so ein Vieh drin. Der Einfachheit halber könnte man ja auch einfach eine Kerze in der Hand nehmen und so mitnehmen, ne? Ich meine, wenn die Angst vor Licht haben. Aber auf so eine Ideen kommt natürlich immer kein Mensch. Ich sehe auch keine, das ist das Schlafzimmer auf jeden Fall, aber ich sehe hier keine Kerze. Da hinten ist eine am... Ach du Scheiße, hier sieht man nichts außer rote Augen. Ich bin so tot. Ah, ich habe es doch gewusst. Da hat mich die Treppe runtergeschmissen. Oh nein. Ja. Ähm, und jetzt? Ich höre nur noch Gagga. Ich wollte doch nur die Kerze anmachen. Habe ich da irgendwo eine übersehen? Ich glaube, es ist Game Over und es steht nur nicht da. Ich kann mich jedenfalls nicht bewegen und nix. Ich habe nur einen schwarzen Bildschirm. Ja, dann müssten wir tatsächlich noch mal von vorne anfangen. Ich glaube, einen Versuch machen wir auch noch. Sind ja erst bei elf Minuten und so, ne? Dann probieren wir das doch einfach noch mal hier. Ja. So. Schauen wir mal. Irgendwie müssen wir ja da reinkommen können. Ah. Ich gebe nicht so schnell auf. Es war mir so klar, dass sie sterben würde. Ach, Melo. So. Für einen Versuch muss noch Zeit sein. Diesmal gucken wir uns auch die Gemälde nicht an. Da ist das Vieh schon wieder. Vielleicht das war ja schon wieder verdrängt, dass das hier war. Na komm, Putt, Putt. Ja, aber ich kann ja nicht was solchen machen. Wie kam denn das vorhin da raus? Ich kann doch von hier die Kerze nicht anzünden, oder? Klar, wir werfen da einfach Streicherzinn. Ach, man kann das von der Entfernung auch machen. Ah, na dann. Und dann lösen sie sich doch auf. Wie war das? Ist hier noch irgendwo eine Kerze gewesen? Oh Gott, ich habe ein Gedächtnis wie ein Siebner. Ja, hier hinten. Ja, und dann ist das Vieh weg. Okay, dann geht damit, kann ich bestimmt auch von der Ferne die Kerze im Schlafzimmer ausmachen. Vermute ich mal. Da gucken wir gleich einfach mal. Ob das funktioniert, Opelt. Genau, da war ja nichts weiter drin. So, wo war hier die Kerze? Ah, ich sehe hier keine roten Augen, also bin ich guter Dinger. So. Hier noch anmachen. Wir machen jetzt hier erstmal überall die scheiß Kerzen an. Falls wir flüchten müssen. So. da ging's hoch. Okay, ich bin jetzt hier bestens vorbereitet. Da unten ist Licht an. So, und jetzt habe ich hier hinten, sehe ich nämlich. Ach, da komme ich nicht ran von hier. Ich will nicht noch einen Schritt vorgehen, da bin ich ja wieder tot. Ja, und du gacker da nicht so rum, du Mistvieh. da ist eine Kerze, glaube ich. Ach, das ist auch so stark dunkel, man kann das natürlich nicht sehen. Aber ich glaube, da ist einer. Ach, das ist aber auch hier. Ich muss ja da anscheinend rein. Na, diesmal bin ich schneller ge... Ah, das folgt mir dann und jetzt ist das da verschwunden. Na, schreien und weglaufen, ne? Ihr wisst das, ja, kann ich besonders gut. So, jetzt kann ich hier auch anmachen. Gott im Himmel, mein Herz. So, ah, das ist aber ein großer Schlüssel. Warum rauchen wir denn den überhaupt? Was wollen wir denn in dem anderen Raum? Da ist auch nichts drin. Okay, nehmen wir uns jetzt den Schlüssel hier mit. Ah, da ist er. Jetzt kann ich in den Keller. Ich weiß gar nicht, ob ich in den Keller möchte. Ich habe da so meine Zweifel. Aber naja, gut. Was soll ich denn im Keller? Den scheiß Generator anmachen, oder was? Ah, na gut. Ach, wer macht denn hier das Licht immer aus? Das finde ich aber mal gar nicht ein bisschen lustig hier. so. Muss man denn hier immer wieder anmachen? Ach, scheiße, ey. Ah, das war die Dings. Da ist Licht noch an. Verrückt. Da ist Licht auch noch an. Da können wir auch hin auf jeden Fall. Und dann machen wir mal die Tür auf. Ja, da ist wieder das Vieh drin. So, da haben wir jetzt aber Kerze an. Das ging jetzt von hier aus übrigens auch. Ist ja verrückt. Ja, nicht mit mir, Freund. So. Okay, was ist das denn hier? Eine zugemauerte Tür, oder was? Na, da ist ja mal Stockfinster. Was ist denn hier noch? Na, hier ist auf alle Fälle... Ja, gut, das ist jetzt ja nicht so schlimm. Hier ist ja Licht an. Was haben wir hier denn? Kann man da irgendwas von mitnehmen? Na, was soll ich mit einer Feder? Soll ich den zu Todekillern? Wohl, bei mir könnte das vielleicht funktionieren. Ich bin extrem kitzelig. Okay, hier ist nichts weiter. Dann müssen wir da in dieses scheiß dunkle Loch rein. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ey. Jetzt geht die Tür auch noch zu. Ja, da sind rote Augen. Das ist doch schon mal scheiße. Da ist eine Kerze. Okay, wir stellen uns hier zu der Kerze. Na, komm her, du. Ich muss da weiter. Kommst du mal her? Oh Gott, oh Gott, das hat jetzt auch noch Geräusche gemacht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, anmachen. Hier kann ich dich mit dem Hammer erschlagen, oder was? Eine Werkzeugbank ist das hier auf jeden Fall. Neben irgendwelchen, weiß nicht, Wein- oder Whiskeyfässern. Ich weiß nicht, ob man da dann unbedingt Handwerk betreiben sollte, oder? Na, ich weiß auch nicht. Okay, nächste Tür. Ähm. Ich sehe jetzt keinen so ein Vieh, also ich sehe keine Augen, sagen wir es mal so. Da ist eine Kerze, die machen wir gleich an. Oh Gott. So. Ah, hier ist der Generator. Das ist doch der Generator, ne? Ich kann den nicht benutzen. Warum nicht? Glühbirnen, ja gut, ohne Strom helfen die natürlich auch nicht weiter. Ich muss doch bestimmt hier jetzt irgendwie den dämlichen Generator anmachen. Oh nein, oh nein, oh nein. 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 Ah, das ist ja hier. Ah, da muss man so mit der Maus. Okay. Drehen. Ich hoffe, ich mache das hier richtig. Mir wird ganz schwindelig. Hui. Hui. Also irgendwas passiert auf jeden Fall. Es bewegt sich, aber das hört auch wieder auf, ne? Oder wie? oder was sehe ich das jetzt hier richtig? Das ist ja... Oh Gott. Ja, das ist irgendwie stimmt das hier noch nicht. Probier mal andersrum. Komm her. Na los. Na los. Ah, jetzt blubbert da auf alle Fälle was. Äh. Na, ob das so richtig ist, was ich hier mache? Das ist doch nicht richtig, oder? Na, vielleicht von der Entfernung, vielleicht geht's dann ein bisschen schneller hier. Oh, das ist aber eine merkwürdige Steuerung, auf jeden Fall. Und ich habe ja nun schon viele Spiele gespielt in meinem Leben. Aber das ist tatsächlich ein bisschen komisch. Das hört sich auch immer noch nicht so an, als ob der Generator wirklich läuft, ne? Ja, wie soll er auch laufen? Wir haben ja überhaupt gar keinen Benzin da reingeschüttet. Der wird nicht anspringen. Ja, und nun stehen wir hier im Keller, haben uns hier unseren Weg hingebahnt mit schwitzigen Händen und nur mit Kerzenlicht. Ja, jetzt soll das Scheißding doch auch angehen hier. Hat jemand von euch das Spiel schon mal gespielt und weiß, wie man das Ding hier dann zum Starten bringt, oder was? Würde mich mal interessieren, denn ich werde hier jetzt gleich natürlich auch abbrechen. Wir sind nämlich schon bei 20 Minuten. Ich möchte eure Geduld ja nicht überstrapazieren. Und ja, also so geht's auf alle Fälle irgendwie nicht hier. Man kann hier aber auch nichts weiter anklicken, also habe ich irgendwas übersehen vielleicht? Ha. Also auf alle Fälle sind hier schon mal keine Spinnenweben und so. Ja, das ist ja merkwürdig. Also ich finde das schon ein bisschen komisch. Irgendwie muss das Ding doch angehen. Also es läuft ja auch solange man dreht an der ollen Kurbel, aber na gut, ich würde sagen, ich mache jetzt hier nichts, desto trotz Schluss. In der nächsten Woche gibt es dann ein anderes kleines Indie-Horror-Game, was ich spielen werde. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch einen tollen Tag, einen tollen Abend, eine tolle Nacht, was auch immer. Und sag mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.